Die Saisonvorbereitung steht vor der Tür und man hört es schon wieder von allen Ecken und Enden. Wir müssen erstmal Grundlagenausdauer trainieren. Doch was ist Grundlagenausdauer eigentlich und soll man sie im Fußball wirklich trainieren? Das werden wir uns heute im Video anschauen und du wirst auch erfahren, wieso du Grundlagenausdauer im Fußball auf keinen Fall trainieren solltest. Hallo, mein Name ist Alex Delpy, ich bin studierter Sportwissenschaftler und habe mich auf die Bereiche Fitness und Athletik im Fußball spezialisiert. Grundlagenausdauer ist eines der am häufigsten benutzten Worte im Fußballjargon von vielen deutschen Trainern. Aber wenn ich mir ansehe, was diese Trainer dann tatsächlich machen und von was sie eigentlich sprechen mit Grundlagenausdauer, dann sind das zwei verschiedene Dinge. Und ganz, ganz viele Trainer begehen auch einen Riesenfehler, wenn sie Grundlagenausdauer trainieren, beziehungsweise das trainieren, was sie meinen, dass Grundlagenausdauer ist. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Hier siehst du die heutige Agenda. Wir haben zwei große Punkte. Zum einen schauen wir uns an, was Ausdauer, beziehungsweise Grundlagenausdauer eigentlich ist. Da gehen wir in die Definition von Ausdauer, Grundlagenausdauer rein und schauen uns dann auch noch an, welche Energiebereinstellungen wir im Fußball, wenn wir uns bewegen, eigentlich haben. Und dann schauen wir auch noch, welche Probleme es beim Grundlagenausdauer-Training im modernen Fußball eigentlich gibt. Ja, was ist Ausdauer, Grundlagenausdauer eigentlich? Zunächst einmal muss man sagen, dass Grundlagenausdauer eine Subkategorie von Ausdauer ist, also der Ausdauer untergeordnet. Du siehst jetzt hier in der Übersicht schon, dass Ausdauer ganz oben steht und darunter die verschiedenen Kategorien kommen, zum Beispiel Langzeitausdauer, Mittelzeitausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Kraftausdauer und auch Grundlagenausdauer. Es gibt natürlich noch einige mehr. Ich habe jetzt nur mal exemplarisch hier ein paar aufgelistet. Wichtig ist nur, dass Grundlagenausdauer eine Subkategorie von Ausdauer ist und deshalb müssen wir uns zuerst einmal anschauen, was Ausdauer eigentlich ist, um Grundlagenausdauer besser verstehen zu können. Wenn man dann nach der Definition von Ausdauer sucht, dann findet man in den einschlägigen Lehrbüchern folgende Definition. Ausdauer ist die Fähigkeit, eine bestimmte Belastung über eine möglichst lange Zeit aufrechterhalten und sich so schnell wie möglich wieder zu erholen. So, jetzt brechen wir das Ganze nochmal etwas runter, sodass es verständlicher wird. Für mich sind das eigentlich zwei separate Punkte oder zwei wichtige Punkte auch, die diese Definition beinhaltet. Zum einen geht es bei Ausdauer darum, eine bestimmte Belastung über eine möglichst lange Zeit, also hier geht es um den Zeitraum, aufrecht zu erhalten und zum zweiten sich so schnell wie möglich wieder zu erholen. Also hier sind eigentlich diese zwei Punkte in einer Definition, die sich irgendwie widersprechen, aber trotzdem auch ergänzen. Was bedeutet das jetzt konkret für Ausdauer im Fußball? Konkret muss sich ein Fußballer, müssen sich deine Spieler über lange Zeiträume ohne Pausen belasten können, zum Beispiel 45 Minuten durchhalten können, weil sie in einer Halbzeit ja 45 Minuten durchgehend belastet werden. Natürlich hat man hier auch kleinere Pausen. Deine Spieler müssen außerdem Geschwindigkeiten beispielsweise möglichst lange halten können. Also hier wäre ein Sprint ein gutes Beispiel. Auch da sind wir noch beim ersten Punkt der Definition, also die Belastung. Der Sprint muss über einen möglichst langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Also wenn deine Spieler nicht fit sind, dann können sie nur 50 Meter sprinten. Wenn sie richtig fit sind, können sie zum Beispiel 100 Meter sprinten. Auch das ist ein Bereich von Ausdauer. Hier wären wir jetzt in der Sprintausdauer. Kommen wir zum dritten Punkt. Und hier sind wir jetzt schon beim zweiten Teil der Definition, sich so schnell wie möglich wieder zu erholen. Das bedeutet konkret, dass sich deine Spieler in den Pausen schnell regenerieren müssen. Also wenn wir zum Beispiel einen Einwurf haben oder eine Verletzung, dann ist die Belastung erstmal ganz unten. Deine Spieler können stehen, können sich erholen und müssen aber in dieser kurzen Zeit, bis es wieder weiter geht, sich so schnell wie möglich erholen können. Auch das ist ein elementarer Bestandteil von Ausdauer. Und außerdem müssen deine Spieler trotz Ermüdung Techniken und Taktiken realisieren können. Also zum Beispiel in der 85. Minute, wenn sie schon nicht mehr können, immer noch einen normalen Pass über 2 Meter, über 20 Meter oder auch über 50 Meter in der Luft anbringen können. Auch dazu benötigt es eine gewisse Ausdauer. So, was ist nun aber Grundlagenausdauer? Auch hier findet man als Definition, Grundlagenausdauer ist die Ausdauerfähigkeit bei langandauernden Belastungen in aerober Stoffwechsellage. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was bedeutet diese Definition genau? Diese klingt ja wieder mal wie aus dem Lehrbuch. Man versteht sie nur, wenn man Sportwissenschaft studiert hat. Ja, genau deshalb schauen wir uns das jetzt genauer an. Auch hier habe ich dir wieder in gelb markiert, was für mich an dieser Definition wichtig ist. Also nochmal, Grundlagenausdauer ist die Ausdauerfähigkeit bei langandauernden Belastungen, der erste Teil, in aerober Stoffwechsellage. Also langandauernde Belastungen ist glaube ich klar, zum Beispiel die 45 Minuten Fußball, die wir haben in der Halbzeit. Was ist jetzt aber die aerobische Stoffwechsellage? Hier sind wir schon in der Energiebereitstellung beim Fußball und das müssen wir uns kurz genauer anschauen. Ohne, dass wir hier jetzt wirklich tief in die biochemischen und physiologischen Prozesse im Körper einsteigen, kann man sagen, dass es zwei Arten von Energiebereitstellung gibt im menschlichen Körper. Aerob und anaerob. Aero bedeutet mit Sauerstoff, anaerob bedeutet ohne Sauerstoff. So, wann benutzt man nun die Energiegewinnung mit Sauerstoff und wann benutzt man die ohne Sauerstoff? Grundsätzlich möchte der Körper immer mit Sauerstoff Energie gewinnen, weil er dadurch effizienter arbeiten kann, also mehr Energie rausholen kann und gleichzeitig keine Abfallstoffe produziert, zum Beispiel Laktat. Die Energiegewinnung ist allerdings langsamer. Also man benutzt aerobische Energiegewinnung, immer wenn es möglich ist, allerdings ist die Energiegewinnung langsamer und es muss genug Sauerstoff zur Verfügung stehen, dass man diese Art der Energiegewinnung benutzen kann. So, und jetzt wirst du dir schon denken, anaerob ist genau das Gegenteil. Hier gewinnt man Energie ohne Sauerstoff, es ist nicht effizient und es entstehen Stoffwechselendprodukte, zum Beispiel Laktat, die im Endeffekt, wenn sie zu viel werden, dafür sorgen, dass der Spieler, dass der Körper ermüdet. Der Vorteil von anaerobem Energiegewinn ist allerdings, dass die Energie sofort zur Verfügung steht. Und genau das wollen und brauchen wir beim Sport. Wir brauchen sofort Energie, so schnell wie möglich. Also nehmen wir mal das Beispiel Sprint. Wir wollen ja in einer so kurzen Zeit wie möglich eine maximale Strecke hinter uns bringen. Das bedeutet, wir brauchen sofort Energie, wir brauchen so viel Energie wie möglich und das werden wir mit aerobenergiegewinnung nicht schaffen. Deshalb haben wir hier immer die anaerobe Energiegewinnung. Also wir benutzen keinen Sauerstoff, weil wir einfach in dieser Zeit nicht genug Sauerstoff zur Verfügung haben, weil wir die Energie sofort brauchen. Dafür produzieren wir aber Laktat. Also wir arbeiten im Körper nicht so effizient, wie wir eigentlich arbeiten könnten. Und dadurch ermüden wir schneller und sind auch nicht fähig, diese Belastungen über einen langen Zeitraum durchzuhalten. Und genau das haben wir ja eigentlich im Fußball. Also wir haben diese hohen Intensitätsspitzen und dann wieder die Pausen, weil wir eben durch diese ständigen Sprints, durch diese ständige anaerobe Energiegewinnung Pausen benötigen, um uns wieder erholen zu können. Es gibt keinen Fußballer, der 45 Minuten konstant durchläuft. Und wenn er das macht, dann ist er nicht im anaeroben Bereich, sondern im aeroben Bereich. Dann sollte er aber lieber Dauerlauf machen und nicht Fußball spielen. Denn im Fußball ist es ja wichtig, dass wir so viele Sprints wie möglich nacheinander durchführen können. So kommen wir nun zurück zur Definition von Grundlagenausdauer. Grundlagenausdauer ist die Ausdauerfähigkeit bei langandauernden Belastungen in aerober Stoffwechsellage. So, wenn wir jetzt wissen, was die aerobische Stoffwechsellage ist und was wir eigentlich im Fußball benötigen an Energiegewinnung, dann können wir uns mit dieser Brille nochmal die Definition anschauen und werden feststellen, haben wir im Fußball eigentlich langandahrende Belastungen. Ja, könnte man so sagen, kann man definitiv vertreten, weil wir ja 45 Minuten diese langandahrende Belastung haben. Dass wir hier Intensitätsspitzen haben und wieder kurze Pausen haben, ist in der Definition eigentlich nicht so relevant. Grundsätzlich kann man sagen, ja, wir haben die langandahrenden Belastungen. Jetzt zum zweiten Punkt. Sind diese langandahrenden Belastungen in aerober Stoffwechsellage? Und hier muss man jetzt, wenn man sich die Definition genau anschaut, ganz klar sagen, nein, wir haben im Fußball keine aerobische Stoffwechsellage. Wir haben im Fußball ganz viele Spitzen und ganz viele Pausen. Und wir wollen im modernen Fußball ja auch mehr Sprints, diese Dynamik, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, viel stärker nutzen. Also ganz klar, nein, wir haben im Fußball keine aerobische Stoffwechsellage, beziehungsweise wir haben keine langandahrende Belastung in aerober Stoffwechsellage. Das hätten wir beim Wandern, das hätten wir beim Marathonlaufen, das hätten wir beim Fahrradfahren. Hier haben wir die langandahrenden Belastungen und alles ist aerob. Also die Stoffwechsellage ändert sich nicht. Beim Fußball ändert sich die Stoffwechsellage ständig. Und wir wollen, ich sage es nochmal, an aerob trainieren, weil wir diese Belastungsspitzen im Fußball haben und deshalb auch so trainieren müssen. Andersrum gedacht, wenn wir jetzt Grundlagen aus der Art trainieren, dann trainieren wir ja in aerober Stoffwechsellage. Und jetzt die Frage an dich, bringt das deinen Spielern etwas, wenn sie im falschen Belastungsbereich trainieren? Nun kommen wir zum zweiten Punkt, wieso du im Fußball auf keinen Fall Grundlagenausdauer trainieren solltest. Und zwar ist das die falsche Interpretation von Grundlagenausdauer. Viele Trainer verwechseln die Begrifflichkeiten mit langandahrenden Belastungen und dauerhaft. Langandahrend bedeutet nicht dauerhaft. Wir haben zwar im Fußball eine langandahrende Belastung mit diesen 45 Minuten pro Halbzeit, das bedeutet aber nicht, dass diese Belastung dauerhaft ist. Und vor allem bedeutet es nicht, dass diese Belastung dauerhaft gleich ist. Auch das haben wir ja jetzt schon angesprochen. Du hast deine ständigen Spitzen und deine Erholungen. Und genau so solltest du auch im Fußball die Ausdauer trainieren, spezifisch. Sodass du diese Belastung trainierst, die dann auch im Spiel vorherrscht. Also die Belastung, denen deine Spieler ausgesetzt sind. Wenn du jetzt im Training nur Dauerbelastungen hast, auf demselben Level, also sagen wir einen Waldlauf, 45 Minuten mit derselben Intensität, dann ist das absolut nicht fußballspezifisch. Und schon gar nicht im modernen Fußball, wo der Fußball so dynamisch geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Also hier bringst du deine Spieler nicht weiter. Im Gegenteil, du machst sogar ausdartechnisch mehr falsch, als du richtig machst. Also du trainierst sie im falschen Bereich. Und das war es auch schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus dem Video und wirst zukünftig Grundlagen ausdauernd auf keinen Fall mehr im Fußball trainieren. Lass mir gerne deine Fragen in den Kommentaren da. Gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie du Grundlagen ausdauernd fußballspezifisch bei dir im Team trainierst.